Martin, Los Angeles, 2010 Allein der Gedanke an ihn war ein Trost. Sie glaubten, dass er alles konnte und dass er sie beschützte. Er hörte sich schweigend ihre Sorgen an. Er erfüllte seine Pflichten, wenn sie noch schliefen, wenn er über sein Leben nachdenken konnte, wie ein Kind, das aufs Meer hinausschaut. Bei Tagesanbruch stand er auf, füllte seinen Eimer und wischte mit Kiefernseife durch die Flure. Dort, wo er den Griff hielt, hatte er Schwielen. Das Wasser wurde schnell schmutzig, aber das störte ihn nicht. Wenn er fertig war, lehnte er den Mob an die Wand und ging hinaus in den Garten. Manchmal fuhr er zum Pier in Santa Monica. Allein. Vor langer Zeit hatte er dort einer Frau einen Heiratsantrag gemacht. Es war ein nebliger Morgen und um sie herum wurden ihre Leben geschmiedet. Sie hörten die Wellen gegen die Mauer schlagen, aber sie sahen nichts. Damals war Martin Becker im Café Parisienne. Er trug einen Schnurrbart und stand sehr früh auf. Sie war Schauspielerin, kam eines Morgens auf einen Café herein und schaffte es dann, nicht mehr zu gehen. Das Starlight Retirement Home hätte ihr gefallen. Viele der Bewohner waren früher beim Film. Sie nennen ihn Monsieur Martin, wegen seines französischen Akzents. Nach dem Abendessen sitzen sie um den Flügel herum und schwelgen in Erinnerungen. Sie haben dieselben Leute gekannt, aber ihre Geschichten sind verschieden. Martin wird oft für einen Bewohner gehalten. Es wäre einfacher, wenn die Leute wüssten, wie alt er ist. Aber die Umstände seiner Geburt sind rätselhaft. Amelia Emma Gansett, New York, 2005 Als ich elf war, erfuhren wir, dass mein Zustand unheilbar ist. Die Ärzte im Krankenhaus an der Park Avenue zeigten meinen Eltern dünne Plastikquadrate zum Beweis. Wir waren alle enttäuscht. Und obwohl mein Körper kein bisschen anders war, fühlte er sich anders an, als wäre ein Teil von mir gestorben. Er wirkt. Durch einen einzigen Satz. Dann verließen wir das Krankenhaus und gingen zu St. Ambrose an der Madison Avenue. Der Kellner brachte Gelato, aber ich konnte nichts essen. Es würde dauern, bis die Hoffnung geschmolzen war. Schließlich sagte mein Vater, wir wären vorher auch glücklich gewesen, und es hätte sich doch eigentlich nichts geändert. Ich merkte, dass er es selbst nicht glaubte und hätte am liebsten geschrien. John Coney Island, New York, 1942 Das Riesenrad drehte sich länger als sonst, damit die jungen Frauen ihre Soldaten zum Abschied küssen konnten. Halt still, Harriet, sonst wird das nichts. Sein Vater hatte John eine Kamera geschenkt. Es ist zu windig, rief sie. John stellte die Kamera hin und ging zu ihr. Ich möchte so gern ein Foto von dir auf der Strandpromenade, sagte er. Sie drückte ihre Lippen auf seine. Geh nicht, sagte sie. Warum nicht? Ich will nicht, dass du gehst. Wenn ich nicht gehe, kann ich nicht wiederkommen. Geh nicht, sagte sie. Sie setzten sich auf eine niedrige Mauer und blickten auf den Strand. Etwas geschah, und niemand wusste, wo es enden würde. Die Kinder, die in Johns Straße spielten, wollten wissen, wann ihre Väter nach Hause kamen, warum Nachbarn spätabends an die Tür hämmerten, warum Leute in der Küche vor dem Radio saßen und weinten. Als es spät wurde, ging sie Hand in Hand zur U-Bahn. Kannst du das Foto noch machen? Fragte Harriet. Sie zupfte ihre Bluse zurecht und strich sich übers Haar. Der Gedanke, dass er nicht zurückkommen könnte, brachte sie einander näher. John hielt seine Hände still und blickte durch ein kleines Loch auf die Frau vor ihm. Noch nie hatte er jemanden so geliebt. Aber das war etwas, das er ihr nicht sagen konnte. Diese Wahrheit war fest in seinem Herzen verankert, damit ihr Schmerz nicht so groß sein würde, damit sie einen anderen finden konnte. Schmerz nicht so groß sein,